Also wenn wir jetzt schon mal eine Koryphäe in der Gaming-Branche mit dir da haben, dann würde ich doch mal ein paar Sachen erfahren. Also wie siehst du denn die Gaming-Branche allgemein? Also jetzt mal abgesehen von den Gaming-Trends, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber die gesamte Branche, wie würdest du zurzeit die Lage in der Gaming-Branche beurteilen, im Sinne von Innovation, Diversität oder die Rolle von Influencern? Das ist eine sehr komplizierte Frage, ich weiß, aber die gibt ja auch Raum, von dir aus deiner persönlichen Situation zu berichten oder zu sagen, wie behandelt die Gaming-Branche uns Kunden zurzeit vielleicht? Ich sehe es zurzeit sehr kritisch. Also ich muss sagen, gerade große Publisher deliveren zurzeit gar nicht. Also ich fühle mich überhaupt nicht abgeholt gerade von großen Publishern und spiele deswegen zurzeit auch fast nur Indie-Games, weil da sehe ich Innovation, da sehe ich Gameplay, das mich interessiert. Letztens habe ich ein Spiel gespielt, das hieß Sticky Business. Da bist du einfach ein Sticker-Laden. Du tust deine eigenen Sticker-Designen und verkaufst Sticker. Es ist wirklich jetzt nicht so über-drüber irgendwas, sondern süße Pixel-Grafik und Stickers-Designen, ganz entspannt. Dave the Diver, gut, das war ein bisschen weniger Indie, aber trotzdem sehr viele unterschiedliche Mechaniken. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, war sehr viele, viele Sachen, die dann auch immer dazugekommen sind. Und ich fühle mich einfach zurzeit, wie gesagt, von großen Publishern nicht so abgeholt. Und weil Spiele gefühlt irgendwie sehr lieblos gemacht werden oder irgendwie rausgerusht werden. Oder man denkt sich, ah, na hau mal noch ein D-One-Patch nach oder irgendwie so. Und das fühle ich gerade nicht so. Also ein gutes Beispiel ist jetzt, zumindest was ich jetzt bisher gesehen habe, ist halt Star Wars Oddlaw. Das schaut halt schrecklich aus. Ja, also das ist ja grauenhaft, was man bisher so gesehen hat. Oder was ich bisher gesehen habe. Ich habe zuerst gedacht, das ist Fake. Und ich bin ja eigentlich ein großer Star Wars Fan. Also ich mag das Franchise an sich. Und habe mich auch auf das Spiel gefreut. Also ich freue mich noch mehr auf das Spiel von Quantic Dream. Also hier Star Wars Eclipse. Das ist ganz oben auf meiner Bucketlist von Sachen, auf die ich mich freue. Hat man auch lange nichts mehr von gehört. Ja, ich habe letztes Jahr war die TwitchCon in Paris. Da war ich angeladen von Quantic Dream und durfte Mäuschen spielen. Und wir haben den Trailer dann dort nochmal gesehen in so einem Raum, wo die halt die ganze Musik zusammen mischen und haben dann gesehen, die ganzen Props, die sie nutzen für dieses Capturing und sowas. Das war so interessant und so cool. Aber ja, also wie gesagt, große Publisher enttäuschen mich gerade ein bisschen. Und ich stehe aber gerade sehr viel im Indie-Bereich rum. Was halt auch sehr schade ist, gerade wenn man halt so in die deutsche Computerlandschaft auch sieht. Also ich habe es beim Deutschen Computerspielpreis mitbekommen, die Developer sind nicht happy. Die Leute, die Spiele entwickeln im Dachraum, sind nicht glücklich mit der Unterstützung, die man nicht bekommt. Und unsere letzten Interviewpartner haben auch davon berichtet, dass sie ja fast, wie war das, die haben fast ihre Subventionen zurückgegeben, weil das einfach zu viel Bürokratie war. Die haben irgendwie die Gaming-Subventionen bekommen für ihr Spiel. Und dann haben sie auch gesagt, also der Aufwand lohnt sich eigentlich nicht für das, was du da bekommst. Ja. Also ich habe lieber einen Kickstarter gemacht. Ja, genau. Ja, genau. Ich sage mal, okay, nicht so kompliziert. Wir bauen lieber auf die Community und auf die Fans, die es dann wirklich wenigstens spielen und die dann ein bisschen mitbestimmen können. Zumal... Da hat man ja wirklich gute Beispiele. Weil, sagen wir mal, wir hatten zum Beispiel mit einem Dungeon Crawler, was jetzt nicht so ein Mainstream, sage ich mal, das würde kein Publisher irgendwo großartig entwickeln. Das hat urviel Spaß gemacht. Also Dungeon Crawler, also das war das mit diesem, der Kralle, gell? Wo man diese Sachen rausholen. Reden wir gerade vom selben Spiel? Nee, aber es ist irgendwie Dungeon Crawler. Also so ein alt, oldschool Ding, dass man als Held in einen Dungeon geht und dann quasi... Ja, aber das Spiel... Gentleman, wie heißt denn das? Warte, äh... Wie hieß denn das Spiel? Magic Countdown Dungeon heißt das. Ah, ja, okay. Nein, Entschuldigung. Dungeon Crawler heißt das Spiel. Ah, Crawler. Ah, Crawler. Crawler, genau. Weil du bist halt, das ist so unglaublich lustig, bitte spielst das. Du machst halt quasi, du hast halt so eine Clown, mit der du halt die Sachen rausholen musst, so Schwert, Schild und je nachdem, was du halt rausholst, buffst du halt dann deine Figuren und du musst halt wirklich schauen, dass du die richtigen Sachen holst, die richtigen Kombinationen, das ist so großartig. Aber wie gesagt, das sind halt dann solche Spiele, wie du sagst, also das... Das unterstützt keiner, weil die sagen, es wird überall auf Triple A gebaut, riesige Blockbuster-Dinger und die kleinen Titel, die werden nicht umgesetzt, das finde ich auch schade, ne? Beziehungsweise, es ist ja auch so, dass selbst die Triple A-Games in der Rekonsolidierungsphase sind, also wir haben ja irgendwie insgesamt diesen Corona-Mega-Boom gehabt, weil alle zu Hause sitzen, saßen auf einmal Computerspiele gespielt und vor allem gekauft haben, dann gab es diese Riesenprojektion, ja, das wird jetzt immer so weitergehen und nachdem das jetzt quasi sich wieder normalisiert hat, sag ich mal, sind wir jetzt quasi schon in einer Rezession, also ich glaube, wir hatten gerade in den letzten sechs bis zwölf Monaten so viele Entlassungen wie noch nie, selbst bei angesehenen Studios, also jetzt mal die ganze Indie-Branche weggenommen, die ja selbst schon immer ums Überleben kämpft eigentlich, aber selbst angesehenen Studien wie hier von HiFi Rush zum Beispiel, dann auf einmal von heute auf morgen geschlossen werden oder auch im Indie-Bereich solche Teams, die mehrfache Preise gewonnen haben, wie Kyoken Interactive mit Deliver Us The Moon und Deliver Us Mars, die einfach von Pitch zu Pitch zu Pitch springen und keinen Publisher finden und jetzt sich entschieden haben, zu Kickstarter zu laufen, also und da vielleicht noch mal Scudoramas Frage, die sind abgemildert, die war ja wirklich hart, die Frage, aber in der ersten Stunde hat er gut ihre Frau gestanden, aber ein bisschen abgemildert, siehst du das auch als Content-Creatorin, dass das irgendwie mit den Zuschauern was macht, verändern die sich oder ist das dann eher so, dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenhält und sozusagen gegen diese Branche dann versucht, ein bisschen was auf die Beine zu stellen? Puh, ich finde, das ist teils, teils. Also es ist ja doch immer, wie du dich halt auch als Content-Creator positioniert hast, so ein bisschen. Es gibt ja Leute, denen ist das ja komplett egal, die Gaming-Branche, die fangen dann mit der Branche an sich nichts an. Die spielen halt den ganzen Tag Fortnite, haben dann ihre Zuschauer und diese Leute wollen auch nur Fortnite sehen. Und dann gibt es halt Leute, die sich halt dann doch ein bisschen mehr mit der Thematik auseinandersetzen und ich glaube dann schon, dass man als Community da ein, naja, was bewegen kann und sagen kann, so hey, das klappt halt gar nicht, das ist kacke, das müsst ihr euch noch mal anschauen oder das boykottieren wir jetzt. Also ich glaube schon, dass das funktionieren kann, aber da müssen halt auch alle an einem Strick auch so ein bisschen ziehen. Und das hat, finde ich, so ein bisschen bei Corona gut funktioniert, aber mittlerweile hat sich das auch halt sehr wieder aufgedröselt. Jeder ist wieder so ein bisschen für sich, alle machen so ihre Sachen und jeder schaut wieder so seinen Streamer, seine Streamerin und ja, ich finde so diesen Ruck, den es gab, wo alle so bei Corona zusammen, finde ich, geht jetzt wieder ein bisschen auseinander. Ja, aber welche, jetzt kommen wir nämlich zur nächsten Kategorie, es kam nicht so weit weg, weil du hast gerade gesagt, bei Corona sind sie alle mehr zusammengerückt. Welchen Trend siehst du denn jetzt? Oder wo denkst du, dass die gesamte Branche jetzt mal abseits von den sehr harten Fragen, die ich gerade gestellt habe, sondern jetzt allgemein, wo siehst du jetzt gerade in der, vielleicht in der technischen Richtung, das größte Potenzial? Wo könnte denn das gesamte Gaming hingehen? Ich gebe es mal nur drei Stichworte noch so. Game Pass ist ja in alle Munde. Steam Deck hört man immer wieder. Wir sind jetzt im Cloud Gaming Kanal. Also das sind so drei Stichworte. Wo denkst du denn, geht es technisch lang? Ja, technisch ist so für mich persönlich, was mich freuen würde, ist natürlich immer, wenn alles, was sich halt am PC macht, wenn ich das Handheld mäßig mitnehmen kann. Deswegen, also wir haben zu Hause nicht nur das Stream Deck, wir haben auch das Asus. Alle? Ja, irgendeine, ich weiß nicht gerade nicht, wie das heißt, aber ja, ich glaube das. Also dieses auch, dieses fette Asus-Teil da. Genau, also wir haben, also mein Freund ist da auch sehr versiert. Der mag das halt auch immer gerne, die Sachen auszuprobieren. Und ich bin dann auch immer großer Fan davon, weil ich ja eigentlich sehr der Konsolenspieler bin. Und ich dachte ja eigentlich, dass Sony ja jetzt mit diesen Dingern da, die sie da rausgebracht haben, dass ich jetzt auch endlich meine Playstation überall hin mitnehmen kann. Aber dann habe ich gecheckt, ach, das ist ja nur Remote. Und dann war ich ein bisschen sad. Aber gut, it is what it is. So technisch gesehen, also wie gesagt, ich freue mich über alles, was ich quasi mitnehmen kann. Also wenn ich überall die Möglichkeit habe, zu gamen, weil ich halt als Moderatorin auch sehr viel unterwegs bin. Wenn ich jetzt aber so denke, spielemäßig, entwicklermäßig auch so, glaube ich, dass halt Spiele, die im Fokus haben, dass Streamer mit ihrer Community interagieren können oder zusammenspielen können, auf Twitch größere Begeisterung finden werden. Chained, also Among Us ist ja ein gutes Beispiel. Also es ist ja komplett simpel. Jetzt dieses Chained Together. Das sind alles so Sachen, wo die Leute halt zusammenspielen können und die Leute sehen ja auch, die Leute gerne zusammenspielen. Und ich finde halt alles spannend, Spiele spannend, die so entwickelt sind, dass du Integrationen, so Twitch-Integrationen hast. Also dass du sagen kannst, Leute können irgendwas steuern, Leute können Einfluss drauf nehmen, was passiert, indem sie in den Chat irgendwas schreiben. Und wenn das, ich weiß halt nicht, wie, dafür bin ich halt zu wenig technisch versiert oder Programmiererin oder sowas, aber wenn man das nochmal auf eine neue Ebene heben kann oder wenn es irgendjemandem einfällt, wie man da nochmal was draufsetzen kann, würde ich es halt urcool finden, weil halt diese Interaktion mit dem Chat und alles, wo man die Leute mit einbinden kann, halt saageil ist.